Musik Herzlich Willkommen an Bord, liebe Pilots ITV, Freunde und Zuschauer. Mein Name ist Joe Moser, Chefpilot der Aerologic Frachtfluggesellschaft, die in Leipzig gebäst ist. Wir befinden uns hier an Bord einer Boeing 777, eines der modernsten Frachtflugzeuge, das zurzeit auf dem Markt ist. Ich freue mich sehr, Sie heute einladen zu dürfen auf einen Flug, der uns von Leipzig über Bergamo in Norditalien nach Hongkong führen wird. Mit mir im Cockpit die Kollegen Senior First Officer Alexander Klatt sowie Second Officer Woj Blenski. Es wird ein interessanter Flug werden, genießen Sie es. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise mit uns. Musik 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 Leipzig Tower, einen schönen guten Tag, German Cargo 512, wir sind bereit. Einen schönen guten Tag, German Cargo 512, der Leipzig Tower. Line up, runway 26L Lining up runway 26L and wait German Cargo 512 Coach, Sector is clear Checked and 26L identified Checked So, Victor 26L Genau We have apron before takeoff checklist Before takeoff checklist complete Checklist complete And to your information Two approaching H6FG Number one is seven miles from Tatsang The German Cargo 512 The wind is 280 degrees 10 knots, runway 26L Cleared for takeoff runway 26L, cleared for takeoff German Cargo 512 Takeoff Ready Poison 4 9 14 4 9 4 8 10 7 8 7 8 D1 Rotate Positive Rate German Cargo 512, contact Munich Radar 126175 Schönen Flug und Joe, tschüss, komm gut an Ja, danke 26175, German Cargo 512, bye bye Münchner, schönen guten Tag, German Cargo 512 We're passing 2200, climbing flight level 70 Flaps 1 Flaps upset After take of checklist After take of checklist complete Engage Autopilot Den Taifun, den schauen wir uns mal an, oder? Der da rein zieht Ja Soll er wirklich zur gleichen Zeit, wie wir da ankommen, der Taifun? Ja, so ist es jetzt vorhergesagt Bergamo Bergamo 29 Grad 2 Landing Data Viref 30149, Minimum Sparo, 1010 left Viref 30149, Minimum Sparo, 1010 right Approach briefing Is complete Is complete Schau dir das an, du kannst ja heute, weiß ich nicht, 150 Kilometer weit schauen Ja, du kannst ganz rüber schauen in die Schweizer Alpen Beifall Desinfektor Im 2 2 3 4 4 5 6 Nord 6, 8, Fokus, bitte noch 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0. Nord 6, 8, 6, 4, 3, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0. November 6, 9, 6, F-M, Delta, Milan. 1, 2, 6, 7, 5, 2, 0. Easy, 8, 4, Lima, Alpha, contact Milano, 1, 3, 0, 7, 3, 0. Flips 26. 7, 3, 0, 7, 3, 0, easy, 8, 4, Lima, Alpha. 5, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 0. The lines are captured. Gear down. Flips 26. Flips 26. Flips 26. Auto pilot off. Berger Matoro, Gedei, German Cargo 512, Established ILS 28 German Cargo 512, good afternoon, continue LS, and clear to land, Runway 28 Wind 190 degrees, 6 knots, KNH 1019 Clear to land, Runway 28, QNH 1019, German Cargo 512 Clear to up 30, Speed Plus 10 Run 5, Niner Club 30, sir, landing checklist Landing checklist complete Ich glaube wir haben einen Dora und LTE von 4000 bei dem X-ray, ILS X-ray Ja, der ESA-5 Programm hier, denn wir sind befindlich 6000 Okay Flight 505, bonjourno, Flight Codonia, Descend, Flight Level 150 Glide slope alive Flight director Flight director Check 500 Flight director Check 500 Flight director Check 500 Approach Approach Minimums Minimums 200 Zero sever Against 100 War 500 200 200 200 So ist das? Energie. 5.1.2, vacate left via Foxtrot, then ground on 120.5, Mike. 5.1.2, vacate left Foxtrot, ground 20.5, German Cargo 5.1.2, German Cargo 5.1.2, ground, buongiorno, your stand is number two, follow the Martial instructions. Stand number two with the Martial Air, German Cargo 5.1.2. Das ist schon ungewohnt, ne, wenn er sonst nur so auf 4km-Bahnen landet. Find ich jetzt. 2.8. 2.8.1.2, stand 1.8, with information to location 81019. Request clearance to Lima India, Charlie, Julian. Right side is clean now. Ja, je tost alles. 9.8.9R2, ground, buongiorno, you are cleared to destination Lima India, Charlie, Juliet via Doreen, Favix, Repametschera. Running. Parking break, set. Shutdown checklist. Get clear, move right the door in 5X-Ray, Parma, 8, Cetra, 4,000 feet. Squawk 4632, run 8892. Detail clearing 2, respect is correct. Shutdown checklist. Parking break? Set. Shutdown checklist complete. Disarm slides. Okay. Interphone off. Buongiorno. Buongiorno. Copy. One moment for the parking break. Yes. Okay. Copy the chocking position. Release parking break. Brakes release. Okay, thanks. The aircraft is good? The aircraft is in a good shape. Don't touch it. Okay.